Das nächste Dorf ist zwei Kilometer entfernt. Das nächste Kino-Zieh? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, ich hab's gerade gegoogelt. Opa wartet ganz bestimmt am Bahnhof. Wir kennen Opa nicht mal. Du hast ihm aber gesagt, dass wir kommen. Er weiß es gar nicht. Hat die Karre keine Klimaanlage? Mach das Fenster auf, das geht auch. Gibt's kein Netz? Keine Ahnung. Ein Handy wirst du doch haben. Ich werd nicht gern angerufen. Siebzehn Jahre kein Ton von ihr, aber wenn's ihr gelegen kommt, schickt sie mir ihre Brut. Ach, glaubst du, die Scheidung kam ihr gelegen? Das machen doch jetzt alle. Kapier's einfach. Du und ich, wir sind die letzten Mohikaner. Interessier dich für sie. Rede mit ihnen. Ich weiß auch nicht. Ich hab jetzt ein Date zum chatten. Hast du genug MWs? Keine Ahnung, also Apfelkuh. Ich weiß es doch auch nicht. Du kannst damit alte Freunde finden. Hab keine. Der wird dich umbringen. Also du und Oma hier, das war die freie Liebe. Lea, Liebes, wo bist du? Wo ist sie? Kommst du auch mal? Nach Paris? Willst du meinen Tod? Die Liebe kommt manchmal über Umwege. Wie bei dir und mir. Weißt du was, Theo? Das war der schönste Sommer meines Lebens. Wie sagt man Danke? Wir klammern alle Reizthemen aus. Israel, den Dalai Lama, die Burka. Und Jackie Chan und Arafat? Kommen Gaddafi und Woody Allen auch? Und kommen Keyshawn und Bruce Lee auch? Vor allem kein Wort über die Nationalmannschaft. Wenn jemand ein Klischee über die Juden raushaut, hörst du einfach weg. Wenn einer in einem Atemzug Immigranten und Kriminalit hit nennt, bitte ich dich einfach wegzuhören. Und wenn einer seine Witze über Chinesen macht? Dann lachst du. Ich geb also den Chinesen. Der Chinese wieder. Der Arschkriecher vom Dienst.